Ich bin Ich möchte anfangen mit meiner persönlichen Story. Ich war ganz, ganz braver, ganz, ganz evangelikaler Christ, wie meine Frau das ja schon vorhin so schön erzählt hat, in einer ganz braven Gemeinde, sogar Ältester, alles super. Und irgendwann auf einmal begann in mir, sich irgendwas nach mehr vom Heiligen Geist zu sehen, auszustrecken. Irgendwann entstand da so ein Hunger. Und ich sagte, hey, da muss es mehr geben, da muss es mehr geben. Ich habe die Bibel gelesen und gesagt, hey, Moment mal, da sind Sachen drin, da habe ich noch nie was von gehört. Also im Gottesdienst meine ich jetzt. Und habe mich danach ausgestreckt. Und dann ging es durch einige Veranstaltungen, wie Sigrid schon gesagt hat, wo man unter Umständen auch mal weiter weg irgendwo erst hin musste. Ja, weil man gesagt hat, da sind Leute, die wissen was vom Heiligen Geist. Und da war irgendwie was, wo man gemerkt hat, da muss ich mich andocken. Und bei einer derartigen Veranstaltung gab es einen Büchertisch. Und da gab es dieses Buch, Bitten um den Heiligen Geist. Gibt es nicht mehr. Habe ich mir gekauft. Und ich muss sagen, ich habe bis heute kein Besseres gefunden. Was dieses Thema wirklich, wirklich, wirklich umschreibt. Der Typ, Dennis Bennett, das war jemand, ich weiß nicht wie viele, 100.000 Leute, der in die Geistesdaufe geführt hat. Eigentlich ein episkopaler Gläubiger. Gläubiger, also das ist so eine Art wie ein Pfarrer, ja. Und Pastor meine ich nicht, ich glaube ich gar nicht, ein Pastor, ein richtiger ordinierter Geistlicher. Und der war einer der maßgeblichen Menschen, die die charismatische Bewegung, also die Geistestaufe in den etablierten Kirchen mit hineingebracht hat. Und der hat also eine umfassende Erfahrung in diesem ganzen Themenbereich. Und das beschreibt er in diesem kleinen Büchlein. Und ich habe mir also dieses Büchlein geholt, habe festgestellt, der Typ, der weiß wovon er schreibt, ja, der hat nämlich einen Haufen Fragen, die man eben so hat, ne, die er hier ganz locker und unverkrampft beantwortet. Und dann habe ich also, ich war auf einer Geschäftsreise und ich war in München, habe ich also dieses Buch dort in München gelesen. Und ich weiß noch genau, es war abends und ich war in einer Pizzeria. Und ich weiß sogar noch, dass die Pizza schlecht war. So, also auf jeden Fall habe ich da dieses Buch dann zum Ende gelesen und habe gedacht, Gott, Herr, dann also, da wollen wir länger warten, ne, auf geht's. Aber es gab ein Problem. Ich hatte in dem Buch gelesen, es gibt da auch komische Sachen. Also beispielsweise schrieb der von irgendjemand, der hatte solche Schnalzlaute, so Hotten-Totten-Sprachen, habe ich, steht da drin, oder irgendwelches abstruses Gestammel und sowas, was tatsächliche Sprachen sind von irgendwo, aber eben sonderbar. Da habe ich zum Herrn gesagt, pass auf, also ich bin einfach alles offen, aber eine Bedingung habe ich. Eine schöne Sprache, okay? So, dann habe ich gesagt, gut, auf geht's, habe den Mund aufgemacht und es ging. Es ging. Es war faszinierend. Ich bin dann da wie ein Schlafwandler durch München gewankt und habe dort in Zoom gebetet. Also, ja, und ich hätte die ganze Welt umarmen können. Es war fantastisch, ich war begeistert, ich war glücklich, ich habe wahrscheinlich die ganze Nacht kein Auge zugemacht und so weiter. Ich war also richtig Spirit-filled. Da war irgendein Relais umgelegt, da war was freigesetzt. Das war echt faszinierend. Und das, was in diesem Buch drinsteht, das ist so im Grunde genommen genauso die Story, wie ich sie erlebt habe. Du bist schon jahrelang Christ, kennst sonst was auf und runter, kennst die Gemeinde mit allen Begleiterscheinungen und so weiter. Und dann war das einfach Antworten auf Fragen, die ich hatte. Okay, bitten um den Heiligen Geist. Ich habe dieses Buch also dann gelesen und das Ganze praktiziert, kam also glücksstrahlend dann in meine wunderbare Gemeinde und irgendwie haben die gemerkt, da ist was. Und dann kam der Pastor. Der hat mich besucht, weil der wollte mir da mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Immerhin war ich ja ein Ältester. Und ich habe ihm begeistert erzählt und gemacht und getan. Und er hatte eine Frage. Die kam richtig aus ihm rausgeschossen. Wer hat dir die Hände aufgelegt? Ich hatte, bei uns in der Gemeinde gab es keine Lehre über Händeauflegung. In dem ganzen Buch steht auch kaum was von Händeauflegung. Ich hatte keine Ahnung. Niemand. Ja, wie? Ich habe das Buch gelesen und es funktionierte. Das hat ihm seine ganze Theologie über den Haufen geschmissen. Also, das Interessante bei dem Ding ist, du brauchst noch nicht mal jemanden, der dir die Hand auflegt. Das kann sehr hilfreich sein, das kann sehr positiv sein. Aber wenn du Christ bist, wirklicher, wiedergeborener Christ bist, und ich werde gleich darauf eingehen, dann ist im Grunde genommen schon alles, was du brauchst, ist schon da. Das Einzige ist, dass das freigesetzt werden muss. Das ist alles. Okay? Gut. Also, das war die Vorrede. Der wichtigste Vers, den ich voranstellen möchte, den findet ihr in 1. Korinther 6, Vers 17. Der heißt, Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wenn du dem Herrn anhängst, weil du bekehrt bist, wiedergeboren bist, Christ bist, bist du ein Geist mit ihm. Anders ausgedrückt, der Heilige Geist ist in dir. Wie Daniel das so schön gesagt hat, ein Mensch kann sich überhaupt nicht wirklich bekehren, also wirklich von Neuem geboren werden, ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Er ist eine neue Kreatur, eine geistliche Kreatur, in der geistlichen Welt, in Gott neu geboren. Wie soll das funktionieren, ohne den Geist Gottes? Kann gar nicht funktionieren. Kein Mensch kann sich ohne den Heiligen Geist bekehren. Also wirklich, mit bekehren meine ich, eine wirkliche, echte Wiedergeburt erfahren. Eine Lebensübergabe, die zu einer echten Wiedergeburt führt. Und das ist der Punkt, den jeder von uns erleben muss. Jeder von uns muss diesen Punkt erstmal haben, dass er errettet ist, erlöst ist, wiedergeboren ist, bekehrt ist, Buße getan hat, wie immer man das Ding nennen will, um überhaupt, sagen wir mal, die Taufe im Heiligen Geist erfahren zu können. Der erste Step ist, dass du wiedergeboren bist. Aber dann, wenn du das hast, dann hast du eigentlich schon 99,9% von allem, was du brauchst. Der Rest ist ein bisschen Info und genau darum geht es heute. Weil nämlich, der Teufel ist ein schlauen Fitgen, der macht einen Haufen Verwirrung über das Thema, einen Haufen Konfusion, einen Haufen Befürchtungen und Ängste und irgendwelche dubiosen Dinge, damit die Menschen eben nicht durchbrechen in das, was der Herr für sie hat. Wenn du als Christ, wie Sigrid das gesagt hat, im Wissen, im Verstand, alles super gut, da kannst du auch viel bewegen, aber auf einmal kommt da etwas hinzu, wo du sagst, hey, da ist eine echte Liebesbeziehung zum Herrn. Das ist eine völlig andere Qualitätsstufe, das ist auf einmal was anderes und das drückt sich auch nach außen aus, das wirkt auch nach außen und genau darum geht es. Das ist keine, wie soll ich mal sagen, Belohnung für besondere Heiligkeit, sondern es ist einfach nur etwas, was dir zur Verfügung steht, wenn du es denn ergreifst und sagst, okay, das möchte ich in meinem Leben haben. Gut. Okay. Also, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wenn du wiedergeboren bist, bist du eins mit dem Herrn. Der Begriff Taufe im Heiligen Geist oder Geistestaufe ist ja nun ein sonderbarer Begriff. Und es gibt auch immer Leute, die haben da ein bisschen Stress mit, weil, wieso Taufe? Du hast die Wassertaufe und dann gibt es dann auch diese komische Geistestaufe. Gleichzeitig sagt die Bibel ein Geist und eine Taufe und so weiter. Da gibt es ein bisschen Verwirrung. Aber Jesus selbst nennt es Taufe im Heiligen Geist. Er sagt beispielsweise in Apostelgeschichte 1, Vers 5, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und vorher hatte schon Johannes der Täufer gesagt, also er spricht über Jesus, er sagt, ich bin nicht würdig, seine Sandalen zu tragen und so weiter. Er wird euch mit Heiligem Geist und vorher taufen. Taufen. Dieses Wort taufen, griechisch baptizo, das ist so ein richtiges Absaufen. Also wenn ein Schiff gesunken war, auf dem Meeresboden lag, dann haben die Griechen gesagt, das ist getauft. Das war vom Wasser überwältigt. Völlig überwältigt. Über Wältigt. Sekunde. Es war eine wirkliche Durchdringung, Überflutung. Also untertauchen, sodass das wirklich, ich kann es nur sagen, abgesoffen ist. In diesem, und das ist es, worum es hier geht. Eintauchen, überwältigt werden, im positiven Sinne, vom Heiligen Geist. Das Wort taufe ist das, was die Bibel hierfür verwendet. Ja, baptizo. Der Heilige Geist soll uns gewissermaßen komplett durchdringen. Und nicht nur uns durchdringen, sondern aus uns heraus fließen. Und jetzt komme ich zum erst mal ganz wichtigen Punkt, nämlich, eigentlich für uns und unseren Sprachgebrauch wäre das Wort Freisetzung verständlicher. Freisetzung. Guck, wenn du Christ bist, hast du den Heiligen Geist, wenn ohne Heiligen Geist kannst du gar nicht neu geboren sein. Aber, das heißt noch lange nicht, dass du im Heiligen Geist getauft bist, dass der dich völlig durchdringt, dass der jeden Lebensbereich von dir überwältigt hat, überflutet hat. Da gibt es etwas anderes. Und das ist dieser Punkt, das muss freigesetzt werden. Das muss losgelassen werden. Das muss ermöglicht werden. Und da bist du derjenige, der entscheidet, wie weit das geht oder wie weit das nicht geht. Und wenn du nicht gelehrt bist, passiert erst mal gar nichts in der Regel. Deshalb ist es gut, wenn man darüber spricht, um zu verstehen, wie man das eben freisetzt. In der Bibel gibt es in der Tat verschiedene Begriffe, die das beschreiben. Freisetzung des Geistes, Überfließen des Geistes, Geistestaufe, Ausgießung des Geistes, Überwältigtwerden vom Heiligen Geist, Kraftempfang durch den Heiligen Geist und so weiter. Okay? Eigentlich, so habe ich es erlebt, ist die Geistestaufe nicht etwas, wo du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, weil der ist eigentlich schon da. Und eigentlich, wenn man es sich mal genau betrachtet, ist er eine Person. Er spricht ja von sich in der Ich-Form. Und eine Person ist entweder da oder nicht da. Die kommt ja noch nicht prozentweise. Und wenn du den Heiligen Geist hast, dann ist er eigentlich da. Also ein Erfülltsein im Sinne von ich möchte mehr von dir, also so quantitativ, ist eigentlich ein bisschen schräg. Was wir, wir sagen das zwar, aber was wir eigentlich meinen ist, ich möchte, dass du mehr Freiraum in mir gewinnst. Ich möchte, dass du mehr Möglichkeiten hast. Ich möchte, irgendwie muss da mehr von dir in mir freigesetzt sein. Das heißt aber nicht, dass quasi vom Himmel erst nochmal mehr Heiliger Geist kommen muss. Wenn du wiedergeboren bist, hast du eigentlich nicht alles, was du brauchst. Die Fülle des Heiligen Geistes ist in dir. Was du brauchst, ist, dass das freigesetzt ist, dass das rausfließt, dass das ermöglicht wird. Weißt du, wir denken immer, wir müssen uns nachher ausstrecken zum Himmel und sagen, Herr, wir brauchen mehr von dir. Das ist im Prinzip kein falsches Gebet, aber eigentlich schon. weil wir brauchen nicht mehr von ihm, sondern eigentlich wollen wir sagen, Herr, nutze du mehr von mir. Ich gebe dir mehr Raum in mir. Schau, ganz einfaches Beispiel. Wenn eine Person in einem Haus ist, ja, dann ist die da drin. Kannst auch nicht sagen, okay, ja, der ist gestern zur Hilfe gekommen und morgen kommt wahrscheinlich der Rest, sondern der ist da. Der ist da. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Wenn du wiedergeboren bist, ist der Heilige Geist in dir. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Heilige Geist, sagen wir mal, volle Verfügung über alle Räume dieses Hauses hat. Vielleicht hast du nur in die Küche gesetzt und die anderen Räume, die möchtest du nicht, dass er da rumguckt oder sowas. Wenn du ihn ins Wohnzimmer lässt, gewinnt ein bisschen mehr Raum. Und eigentlich geht es darum, ihm alles zu geben von deinem Lebenshaus. Das ist das, was wir eigentlich beten, wenn wir sagen, Herr, ich möchte, dass du mehr. Eigentlich geht es darum, wir gestatten ihm, mehr von uns zu bekommen und nicht, wir brauchen mehr von ihm. Versteht ihr? Wir sind diejenigen, die entscheiden, wie viel Raum er unter uns haben kann. Die Bibel sagt, die Geister sind der Propheten untertan. Das heißt, wir sind diejenigen, die entscheiden, wie viel gestatten wir dem Herrn und wie nicht. Schau mal, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. aber nur diejenigen, die sich aufmachen und das für sich in Anspruch nehmen, bekommst. Gott will das zwar, aber nur die bekommst, die es nehmen. Und so ähnlich ist das hier. Der Heilige Geist möchte wirken, aber nur die, die es zulassen, die es ergreifen, die es nehmen, die es wollen, die haben es auch. Wenn du dem Heiligen Geist keinen Freiraum gibst in deinem Leben, dann wird er keinen haben. Ganz einfach, weil er wird dich nicht vergewaltigen, er wird dich nicht zwingen. Manche Leute hatten vor allen Dingen früher so eine dubiose Vorstellung, gerade bei Zungenrede, dann haben sie gedacht, auf einmal verdrehen die die Augen und es ist wie so, da kommt was Mächtiges über sie und mehr oder weniger gegen ihre, ihren Willen und ihre Fähigkeiten poltert da was raus und sie werden vom Herrn irgendwie gebraucht und hinterher verkriechen sie sich, weil es alles so peinlich war. Das ist Quatsch. Der Herr akzeptiert dich völlig. Der wird nichts gegen deinen Willen tun. Du entscheidest, wie weit du das freisetzt oder nicht. Du entscheidest, wie weit du im Raum gibst oder nicht. Das liegt an dir. Du entscheidest, ob du in der Hölle oder im Himmel sein wirst. Ja? Ob du ihn annimmst oder ablehnst. Es ist unsere Entscheidung. Da kann er so viel möchten, wie er will. Er hat uns den Ball zugespielt. Und genauso ist das hier. Wir sind diejenigen, die entscheiden, wie viel Raum wir dem Heiligen Geist in uns geben. Deshalb habe ich gesagt, Freisetzung. Eigentlich geht es darum, dass wir ihm vertrauen und sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du, wenn du schon in mir bist, viel mehr Raum in mir gewinnst und durch mich fließen kannst. Und da möchte ich euch zwei Bibelstellen vorlesen von Jesus. Die eine ist diese Stelle, kennt ihr alle, wo diese Frau am Brunnen ist. Wo er mit dieser Frau sich unterhält. In Sychar. Da heißt es, Jesus sagt zu der Frau, hättest du die Gabe Gottes erkannt und wer der ist, der zu dir gesagt hat, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit keinen Durst mehr haben. Und dann fügt er hinzu, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, Achtung, das wird in ihm eine Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben quillt. das Interessante hier bei der Sache ist, eigentlich geht es hier um zwei verschiedene Dinge, nämlich ein Einfließen, das Wasser des Herrn und dann ist da die Quelle in der Person und aus der so etwas ausfließen. Und genau das ist der Punkt, das Einfließen ist, du hast dich bekehrt, bist wiedergeboren, bist Christ. Der Heilige Geist konnte dich zu einer Neugeburt machen. Aber jetzt geht es darum, dass das, was in dir ist, diese Quelle, auch geöffnet wird und ausfließt. fließt. Anderes Beispiel, hier sagt Johannes 7, wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Dann geht es weiter. Wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist eigentlich genau das, was wir wollen. In einem anderen Evangelium heißt es, wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe, wörtlich Bauch, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nur jeder von uns hier, wie wir hier sitzen, möchte das gerne von sich behaupten, dass er so glaubt, wie die Schrift sagt. Gelle? Also das sollte jeder Christ von ganzem Herzen zustimmen wollen. So, Jesus sagt, wer das für sich beansprucht, aus dessen Leibe, Leibe, also wirklich Körper, Bauch, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ist ja schon interessant. Ströme lebendigen Wassers, der Geist, weißt du mich im nächsten Vers, das sagt er aber von dem Geist, der Geist ist etwas Geistliches aus der geistlichen Welt. das fließt durch deinen Bauch. Hä? Der Bauch ist echt körperlich. Wirklich Körper. Der Geist manifestiert sich durch deinen Körper in die natürliche Welt hinein. das ist das, worum es geht. Aus den himmlischen, sag ich mal, Dimensionen fließt es durch uns als Menschen, die wir eben hier in dieser Welt sind und das übernatürliche flutet durch uns hinaus. Ströme lebendigen Wassers. Das, was eben nicht menschlich machbar ist, sondern was der Geist bewirkt. Heilung, Befreiung, Segnung, Errettung, was auch immer. Wir sind Bürger zweier Welten. Wir sind eingesetzt im Himmel, neu geboren, in Gott, Botschaft an Christi Stadt und gleichzeitig leben wir noch hier auf der Erde. und Gott will durch uns Menschen erreichen, sein Reich bauen, fließen. Aber nicht durch unsere tolle Bemühungen und Anstrengungen, unser fleischliches Gemach, sondern indem der Geist, der in uns ist, einfach aus uns heraus fließt. Ja. In dir ist eine Quelle ewigen Wassers. Eine übernatürliche Quelle, wenn du wieder geboren bist. Und aus dieser Quelle möchte der Herr Ströme lebendigen Wassers rausfließen lassen. Und diese Ströme, die sind halt bei manchen Christen einfach nicht freigesetzt. Weil aufgrund von falscher Lehre oder weil sie es einfach nicht gehört hatten, wie ich damals oder weil es einfach irgendwie noch nicht dran war oder sonst was, was weiß ich, ist das irgendwie noch nicht auf dem Schirm gewesen. Aber auf einmal bringt der Herr dich zu so einer Veranstaltung wie heute. Hier. Du sagst, okay, da ist in mir was vom Heiligen Geist, was er möchte, das aus mir herausfließt und die Menschen um mich herum erreicht. Auf einer völlig anderen Ebene, als das bis jetzt der Fall war. Nicht durch meine Kraft, nicht durch meine Bemühungen, sondern eben durch das, was der Heilige Geist nur durch mich tun kann. Und das ist eigentlich diese Taufe im Heiligen Geist. Dieses Freisetzen dieser Quelle, die auf einmal in dir ist und auf einmal überflutet sie dein Sein. Und zwar nicht nur deinen Geist, sondern eben auch deine Seele und eben sogar deinen Körper letztlich. Es flutet aus dir heraus. Es fließt aus dir heraus. das hat nicht unbedingt was mit Gefühl zu tun. Gefühl ist etwas Seelisches. Das kommt aus dem Geist. Fällt mir in der Geschichte ein, ein Mann, ein geistgethofter Christ, hatte einen Autounfall. Bei dem Autounfall hatte er sein Sprechvermögen verloren. Der hatte also irgendwie die Nerven durchtrennt und vom Gehirn aus konnte der den Sprechapparat nicht mehr steuern. Der konnte nichts mehr artikulieren. Der wusste zwar wie, aber das kam irgendwie nicht an. Also der konnte nicht sprechen, obwohl er ansonsten glasklar war. Aber der konnte in Zungen beten. Weil das Gebet aus Zungen, aus dem Geist, kam nicht aus dem Verstand. Das kam aus dem Geist. Und der Geist brauchte diese Nerven nicht. Der Geist konnte direkt herausfließen und sprechen. Und das ist was sehr interessant ist. Der Geist, der in uns ist, will aus uns heraus fluten. Das ist dieses Sprechen. Guckt, mit dem Sprechen, das ist eine schon sehr interessante Geschichte. Sprechen ist etwas, was den Menschen von allen anderen Lebens, Lebewesen, natürlichen Lebewesen unterscheidet. Sprechen ist, wenn man mal drüber nachdenkt, absolut abgefahren, ist genial. Du kannst irgendwie in deinem Oberstübchen dir irgendwas denken und das letztlich artikulieren. Und wenn du Glück hast, verstehen es die Leute sogar noch. Das ist wirklich interessant. Und die Gabe, diese Gabe, etwas aussprechen zu können, ist von Gott. Gott hat die ganze Schöpfung in sein gerufen durch etwas aussprechen. Er sprach und es war da. Interessant, nicht wahr? Durch das Aussprechen geschah es. Und letztlich ist der Sprechapparat für uns eigentlich das entscheidende Ding, um uns irgendwie mitzuteilen. Es gibt noch andere Sachen, ja, Künstler, die normalen oder sonst was, Musik. Aber so für den normalen Durchschnittsmenschen wie mich, ja, da ist das Sprechen eigentlich so die gängige Methode, um das, was man so im Inneren hat, irgendwie so zu artikulieren. Die Stimme ist eigentlich von dem inwändigen Menschen das Hauptportal nach draußen. Wenn du mal drüber nachdenkst. und deshalb geht es bei der Geistestaufe und diesem Ausfließen auch so viel um das Thema Stimme, Sprechen, Sprache, artikulieren. Denn, wenn wir uns im Neuen Testament das anschauen, dann geht es sehr häufig, wenn es um die Erfüllung oder die Taufe im Heiligen Geist geht, direkt um dieses Ding mit der Zungenrede. Im Neuen Testament, wenn du mal guckst, jeder, der sich nach der Zungenrede ausgestreckt hat, ich sag mal, der sie haben wollte, der hat sie auch bekommen. Weil die Sprache so entscheidend wichtig ist, kennt ihr alle Jakobus mit der Zunge das böse Übel und der Hölle entzündet und so weiter. Das ist nämlich im Natürlichen das Problem. Weil der Feind weiß, welche Macht unsere Worte haben, setzt er genau da an und versucht unsere Sprache zu vergiften. Das, was wir sagen, mit Unglauben zu durchsetzen. Mit Worten der Niederlage. Wenn du Niederlage über dir aussprichst, wirst du Niederlage erleben. das ist wie Samen, den du aussähst. Gott hat die Welt geschaffen durch sein Wort. Das entstand, indem er etwas gesagt hat. Und wir sind sein Nebenbild. Indem wir etwas sagen, letztlich wird es geschehen. Vor allem, wenn wir wiedergeborene Christen sind. Deshalb ist es so wichtig, dass man darauf sehr viel aufpasst, was sage ich denn zu mir oder zu anderen, beispielsweise zu den Kindern. Wenn du zu einem Kind sagst, aus dem hier wird nie was, das kannst du nicht, rat mal, was bei rauskommt. Und viele Menschen leiden darunter, dass einfach Negatives über ihnen ausgesprochen worden ist. Von Lehrern, von Eltern, von Pastoren, von irgendwelchen Leuten, die Negatives reingesät haben. Und das ist wie etwas, was du glaubst. Das ist verletzend. und manche von uns haben einfach so dieses Ding, was über ihn ausgesprochen ist und was irgendwie Realität gewonnen hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit dem beschäftigen, was die Bibel über uns sagt und nicht mit dem, was irgendwelche Leute oder irgendwelche Medien über uns sagen. Wir müssen wissen, wie sich die Bibel uns denn, was spricht uns die Bibel denn zu? Was sagt die Bibel denn, was ich kann oder was ich bin? Das ist das letztlich Richtige, Wichtige, was ich aussprechen soll. Sprache hat also eine extreme Bedeutung, eine extreme Power. Und da müssen wir unsere Gedanken wirklich unter Disziplin nehmen und sagen, Herr, ich möchte wirklich das sagen, was du sagst und nicht, was mir der Bibel irgendwie in den Kopf gibt. Und dafür ist eben die Zungenrede, diese Geistestaufe, eine extrem hilfreiche Sache. Weil, wenn du nämlich in einer Sprache betest, dann redest du normalerweise in einer Sprache, die du nicht verstehst. Das hat folgenden Vorteil. Du kannst nichts dazu fügen, du kannst es nicht verändern und kannst auch nicht verhunzen. Sondern Gott betet durch seinen Heiligen Geist irgendetwas durch dich und das kommt ziemlich gut rüber, ja, ziemlich unverfälscht, nicht durch unseren kranken gefallenen Verstand beispielsweise durchdrängt, nicht durch vielleicht eine falsche Theologie durchdrängt, sondern so wie der Herr es möchte. Er beispielsweise für die Fürbitte ist das ganz wichtig. Wie oft hast du irgendein Gebetsanliegen und du hast keine Ahnung, was du beten solltest für die Person. Ja, dann bete in den Zungen. Da kommt eins zu eins das durch, was der Herr auf dem Herzen hat. Brauchst dir gar keine Gedanken zu machen. Ist perfekt. Du weißt allerdings auch nicht, worum es geht. Im Normalfall das ist gut. Das hat was mit Vertrauen zu tun. Du vertraust dem Herrn das einfach an. Und sagst okay, Herr, es geht eben nicht darum, dass ich das alles verstehe und alles durchdringe und alles kapiere, sondern du machst das. Du machst das durch mich. Wenn wir also im Neuen Testament gucken, ist bei dieser Geistestaufe sehr häufig, nicht immer, aber in drei von vier Fällen, die Freisetzung der Sprachenrede damit verbunden. Da möchte ich euch ein paar Bibelstellen lesen, nämlich Apostelgeschichte 2, Vers 4, das ist natürlich ganz klassisch Pfingsten und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihn gab auszusprechen. So, eine andere Bibelstelle haben wir in Apostelgeschichte 10. Das ist die Geschichte mit dem Hauptmann Cornelius. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten und die Gläubigen aus der Beschneidung, also die Juden, Judenchristen, so viele ihre mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Das war nämlich das erste Mal, dass sie das miterlebt haben. Bis dahin war dieses Thema Geistestaufe nur etwas, was unter Judenchristen auftauchte. und auf einmal und auf einmal ich will nicht sagen, die sind vom Glauben abgefallen, aber die waren völlig schockiert, als sie mitgekriegt haben, huch, diese geniale Gabe, die wir so exklusiv für uns gepachtet hatten, gibt Gott auch denen, den Heidenchristen, die mit Juden überhaupt nichts zu tun hatten. Da waren sie richtig außer sich, dass die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war, und jetzt kommt's, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Oder noch später gibt es die Geschichte, wo Paulus in Ephesus so einen Haufen Christen begegnet, die hatten zwar eine Wassertaufe erlebt, hatten aber irgendwie mit der Geistestaufe noch nichts gehört. Und dann war es so, als Paulus ihnen, nämlich diesen Jüngern, die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Also im Neuen Testament hast du halt häufig diese Kombination zwischen Geistestaufe und eben dieser Freisetzung von Sprachenrede. Nun gibt es da natürlich diverseste theologische Dinge, die teilweise auch sich über Jahrhunderte halten. Eigentlich, so habe ich es empfunden, für mich persönlich, war es so, dass es zwei verschiedene Sachen sind, von denen die Bibel hier spricht. Das eine ist nämlich etwas wie eine Gebetssprache und das ist das, worum es uns heute geht. Eine Gebetssprache ist, du kannst in einer anderen Sprache, die du nicht gelernt hast, beten. Der Heilige Geist gebraucht einen Stimmapparat und es fließt aus dir heraus, in einer Sprache, die du nicht kennst. Es kann sein, dass es andere Leute gibt, die die Sprache kennen und das bestätigen. Kann auch sein, dass es eine Sprache ist, die kein Mensch kennt. Und dann gibt es eben noch die Gabe der Zungenrede. Das ist etwas anderes. Das ist etwas, wo wirklich der Heilige Geist jemand gebraucht, um in einer fremden Sprache eine prophetische Rede oder irgendwie sowas freizusetzen. Guck, wenn Menschen für andere beten, dann merkst du manchmal, dass da irgendwie sowas wie so ein prophetischer Fluss ist. Du betest über der Person irgendwas aus, wo du merkst, das ist vom Herrn, was du aber gar nicht irgendwie weißt oder so und da ist aber irgendwas drin. Das ist aber was anderes in dieser Fürbitte prophetisch zu beten, als die Gabe der Prophetie. Ja, wenn irgendein Prophet kommt und irgendein mächtiges Wort weitergibt. Das eine ist das, was wir alle quasi im täglichen Gebrauch nutzen können, von dem, was der Heilige Geist für uns hat. Das andere sind bestimmte Gaben, Berufungen, Ämter oder wie immer du das Ding nennen willst, wo er bestimmte Menschen beruft. Und da gibt es Leute, die tatsächlich einfach vom Herrn gebraucht werden, um in Sprachenrede irgendetwas freizusetzen. Ich erinnere mich an eine Story, habe ich mal gehört von einem Prediger, der sagte, er hatte Probleme, nämlich bei der Einreise. Er war ein Ami, der wollte irgendwo einreisen und sie haben ihn nicht durchgelassen. Er kam also an diesem Visa-Beamten nicht vorbei. Das zog sich und dauerte und der hat rumgemuckt und es war furchtbar und es ging nichts. Und der sprach auch die Sprache nicht, es war einsetzlich. Und irgendwann fing der an und hat einfach Schakara, Boski, Schnacko und hat ihn da richtig einfach in Zungen auf den eingeredet. Aber richtig gib ihm, zehn Minuten. Der Typ da am Schalter kriegt immer größere Augen und als der fertig war, der Pastor nimmt er dem seinen Pass, macht das Stempelchen rein, nimmt den freundlichen Lächeln. Und das Thema war erledigt. Kein Mensch weiß, was der gesagt hat. Vor allem der Pastor nicht. Der hat keine Ahnung, was eigentlich war, aber es hat funktioniert. Das ist nicht die normale Gabe, die du in deinem Gebet zu Hause gebrauchst. Aber ihr merkt, das sind ja unterschiedlichste Facetten. Es ist so, wie du zu Hause den Herrn ein Lied singst. Du lobst ihn, du preist ihn, singst vor dich hin. Ist was anderes als wenn du als Solo-Sänger vor 5000 Leuten stehst und ein Lobpreislied singen sollst. Gell? So. Und so ähnlich ist das. Überhaupt mit dem Singen ist es interessant. Guck, wenn du normal redest, dann kannst du dich entscheiden, jetzt zu singen. das ist im Grunde genommen nur so eine kleine Hürde. Hallo, ich kann jetzt auch ein Lied singen. Das ist eine klitzekleine Willensentscheidung, die irgendwo in unserem Inneren ist. Und wenn du geübt bist, in der Gabe der Sprachen redest, dann ist es genauso eine Hürde, ob du in normaler Sprache redest oder ob du in Zungen sprichst. Und das ist das, was immer mehr freigesetzt wird in uns. Das ist etwas, das fließt einfach. Da musst du auch nicht groß denken, weil es nicht durch den Verstand läuft. Das ist etwas, was aus dem Geist kommt und was einfach fließt. Ich habe von einer Frau gehört, einer Pastorenfrau mit einem Haufen Kinder. Da hat der Pastor erklärt, die hatte so viel zu tun mit Gemeinde und Machen und tun, die war den zur Last. Und irgendwann hat sie gesagt, Herr, du sagst, wir sollen alle Zeit beten, also bitteschön, ich möchte gern beten, wenn ich schlafe. Ja, der Herr hat das Gebet erhört. Er hat gesagt, er wacht manchmal auf, nachts, dann hört er seine Frau in Zungen beten. Er sagt, manchmal hört er, wie die Bibelpassagen zitiert. Er sagt, er kennt die Bibel wirklich. Und er weiß, die zitiert kapitelweise fehlerfrei irgendwelche Bibelpassagen, die sie garantiert nicht kann. Es ist einfach der Geist, der mitten in der Nacht, ohne dass die Frau das mitkriegt, fließt und wirkt. Es gibt Leute, die machen ihre normale Arbeit am PC, sagen wir mal, und beten, ich sag mal, im Hinterstübchen im Geist. Das ist möglich. Deshalb sagt Paulus, betet allezeit. Du kannst überhaupt nicht allezeit beten. noch nicht mal als Super-Hyper- Profi, als Gebets- Profi, Vollzeit- Profi, Fürbitter. Funktioniert nicht. Aber du kannst allezeit im Geist beten, weil der Heilige Geist kann das in dir bewirken. Er kann es aus dir fließen lassen. Vielleicht leise, vielleicht auch nur so im Hinterstübchen, sag ich mal, aber das ist möglich. Es gibt doch Leute, die haben mehrere Gebetssprachen, die eine vielleicht mehr kämpferisch, die andere mehr im Lobpreis, die andere mehr in der Fürbitte. Du selbst entscheidest, ob du beispielsweise schnell oder sehr langsam oder laut oder wie auch immer das aussprichst. Das ist etwas, was du so brauchst, wie du singst. Du kannst unter der Dusche, also in höchsten Tönen irgendeine mächtige Arie schmettern oder du singst zu Hause bei dir bei der Arbeit irgendwie leise vor dich hin. Das ist das Gleiche. Du kannst es einfach fließen lassen. Einfach fließen lassen. Übrigens, wenn es um dieses Thema Freisetzung des Heiligen Geistes geht, gibt es viele Leute, die das so in einer Gruppe oder so weiter als schwierig empfinden. Macht nichts. Wenn du Christ bist und dich danach ausstreckst, dann kannst du einfach sagen, Herr, ich möchte einfach, dass das freigesetzt ist. Und vielleicht ist es so, dass du unter der Dusche stehst und auf einmal fließt. Oder du liegst morgens im Bett, hast Zeit, keiner stört dich und auf einmal fließt. Kein Krampf, kein Stress. Also ganz früher, als die Pfingstbewegung begann, die hatten da noch nicht so ganz einen Durchblick. Die haben dann gedacht, man muss die Leute irgendwie Kinn massieren oder so was, dass da richtig was rauskommt. Die haben die verrücktesten Sachen gemacht. Nein, ganz entspannt. Du musst einfach nur wissen, wenn du wieder geboren bist, ist der Heiligeist in dir und er ist eine Quelle und der will rausfließen. Manche kannst du einfach mal gucken, ob du die Geschwindigkeit ein bisschen runter nimmst. Nein, das ist möglich, das muss man aber wissen. Das ist so leise, dass du fast selber nicht hörst. Drehe mal ein bisschen hoch. Die Möglichkeit hast du. Oder wenn du wie gesagt nur ein oder zwei Silben hast. Hey, bleib dran. Das baut sich auf. Das ist eine Sprache. Das ist wie so ein kleines Kind. Ein Kind, wenn es geboren ist, das hat gar nichts an Sprach Hintergrund. Null. Das fängt wirklich mit gar nichts an. Und das fängt an, irgendwelche Laute zu artikulieren und es dauert Monate, Jahre, bis sich daraus eine entsprechende Sprache gebildet hat. Und jeder weiß, ein Kind in China kann das perfekt chinesisch. Wo unser einzig jahrelang für quälen muss vielleicht. Das ist etwas, weil nichts da ist, was einfach ganz natürlich entsteht, was gelernt wird, was kommt. Und genauso müssen wir einfach sagen, okay, das ist jetzt was Neues, was der Heilige Geist für mich hat. Und da lasse ich einfach zu, dass ich da reingehe und dass das sich entwickelt. Und da brauchst du keinen Stress zu haben, wenn das sich ein bisschen komisch anhört oder irgendwie noch nicht so wohlklingend ist. Und der Teufel hat in der Regel, so wie man anfängt in Zungen zu beten, ist er sofort da. Da sagt er beispielsweise, das bist doch nur du selber. Ja. Und? Wer sonst? Wenn du ein Lied singst, bist du auch du selber. Also von sowas darf man sich nicht entmutigen lassen. Ja. Du lässt dich gebrauchen vom Heiligen Geist. Und das bist du, der niemand anders stronst. Ja. Und es ist keine Vergewaltigung vom Herrn, sondern es ist etwas, was einfach fließt. Dann einfach da weitergehen. Nicht entmutigen lassen. Der Feind ist sofort da und erzählt dir, dass das komisch klingt und dass das nix ist und dass du das nur selber machst und sonst was. Vergiss es, das ist ein Standard, den kommt bei jedem. Einfach weitergehen. Einfach drinbleiben. Das ist wie diese Quelle, wenn es anfängt zu fließen und zu fließen, lass es fließen. Lass es fließen. Immer mehr. Und du wirst merken, aus dem Flüsschen oder dem Rinnsaal wird sich ein entsprechender Bach ergeben. Halleluja. Bevor Pfingst denn überhaupt stattfand, bevor überhaupt irgendjemand da in neuen Sprachen geredet hatte, zumindest so weit es uns die Bibel berichtet, hat Jesus Folgendes zu seinen Jüngern gesagt. Das war an der Himmelfahrt. Da hat er zu seinen Jüngern gesagt, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Glauben. Denen, die glauben. Das ist eine wichtige Eingrenzung. Also nicht denen, die in die Kirche gehen oder denen, die irgendwo Mitglied sind oder sonst was, sondern denen, die glauben, die das also wirklich im Glauben aktiv ergreifen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden und dann geht es weiter, werden Schlangen aufheben, wenn sie was fütliches trinken, wird sie nicht schaden und so weiter. Schwachen werden die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Jünger auch nur im Entferntesten einen Schimmer hatten, von was der hier redet. Ich meine, dass sie Dämonen ausgetrieben haben, das gehörte zum Tagesgeschäft. Das berichtet uns die Evangelien also noch und nöcher, dass die Jünger Dämonen ausgetrieben haben. Dass sie auf Schwache die Hände auflegen, das hatten sie auch schon mitgekriegt. Schlangen weiß ich mit neuen Sprachen war. Das war, wie gesagt, zehn Tage bevor das Pfingstereignis kam. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich war das etwas Prophetisches, was Jesus gesagt hat, wo er gesagt hat, hey, da kommt was. Da kommt was. Wahrscheinlich haben sie es erst mal angehört, haben gesagt, naja, was immer das sein mag, gucken wir mal. Aber als dann zu Pfingsten die Freisetzung mit dem Heiligen Geist geschah, da war genau das das entscheidende, nämlich neue Zeichen. Das neue Zeichen, dass sie eben in diesen Sprachen sprechen konnten. Halleluja. Und das ist etwas, was der Herr für uns hat, was er für jeden für uns hat. Was ich vielleicht nochmal ergänzen möchte, ist, ich hatte vorhin das mit dem Jakobus gesagt. Schaut, der Feind versucht uns durch unsere Sprechen und unsere Reden immer in Niederlage zu bringen, indem wir irgendwelchen Quatsch über unser Leben aussprechen. Ja, dann hast du irgendwelche negativen Erfahrungen und sprichst die aus. Das ist dann wie so eine selbsterfüllende Prophetie, das geschieht dann. Und deshalb sagt Jakobus, hey, das ist wie ein tödliches Übel. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, sagt die Bibel. Und da ist es eben sehr wichtig, wenn wir dem Heiligen Geist gestatten, unseren Sprechapparat eben zu gebrauchen, dann wird sich unser Sprechen verändern. Dann wird sich das, was wir sagen, wie wir reden, wie wir mit anderen Leuten umgehen und so weiter, wird sich verändern. Das haben zahllose Menschen schon durch. Leute, die was weiß ich immer über andere hergezogen haben, wenn sie im Heiligen Geist getauft wurden, auf einmal verschwand das. Leute, die immer geflucht haben, auf einmal verschwand das. Dinge, die in ihrem Sprechen einfach nicht gut waren, auf einmal verschwand das. Und das ist etwas, was der Heilige Geist wirkt, er will uns durchdringen und aus uns ausfließen und das wird diese Veränderung bringen. Das Thema Sprachenrede ist in der westlichen Christenheit, möchte ich betonen, in der westlichen Christenheit, eins der hauptsächlichst umkämpftesten Themen überhaupt. Also in Afrika brauchst du dem lutherischen Pfarrer damit nicht zu kommen, für den ist das glasklar. Auch Thema Dämonenaustreibung ist für den glasklar. Da sind die anders drauf als wir. Aber für uns ist es eben so, dass dieses Thema theologisch sehr kontrovers diskutiert wird. Und es gibt zwei große Kapitel über das Thema Zungenrede. Das wird von Gegnern wie von Befürwortern sind das die beiden Kapitel. Nämlich 1. Geründer 12 und 14. Und hier sagt Paulus beispielsweise, wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Und das ist eigentlich eine super Aussage. wenn ich in Zungen bete, dann betet mein Geist, der innewohnende Geist. Und dann geht er weiter. Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Na gut, Halleluja. Super. Spricht ja wirklich nichts dagegen. Aber er tut das eine nicht gegen das andere ausspielen und sagt, das eine ist verboten, das andere ist erlaubt. Er sagt, nein, beides ist gut. Bete mit Verstand, Halleluja, aber bete auch mit dem Geist. Deshalb sagt er an der anderen Stelle, im 1. Korinther 14, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Ich möchte, dass alle Christen in Sprachen reden. Dann sagt er in 1. Korinther 14, Vers 18, ein paar Verse weiter, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Wahrscheinlich einfach, weil er dieses Ding drin hatte, dass er ständig, ständig, ständig einfach im Geist, ich habe vorhin gesagt, im Hinterstübchen, das einfach hat laufen lassen, dem Heiligen Geist Freiraum gegeben hat, dass er ständig im Gebet war. Wenn Paulus die Briefe liest, redet er häufig davon, ich bete ohne Unterlass für euch, und ich bete ständig für euch, und ich bete immer für euch, das kannst du gar nicht im Fleisch machen, das muss etwas Geistliches sein. So sagt er beispielsweise in Epheser 6, betet zu jeder Zeit im Geist. Betet zu jeder Zeit im Geist. Das hat diese Frau genutzt, diese Pastorenfrau, die hat gesagt, jede Zeit ist auch nachts. Okay. Eins der interessantesten und wichtigsten Sachen, und damit komme ich auch hier schon fast zum Schluss, ist diese Sache, warum das Ganze? Warum überhaupt? Die Antwort findest in 1. Korinther 14, Vers 4, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wenn du in einer Sprache redest, für dich, in einer Gebetssprache, dann ist das etwas, was in erster Linie für dich ist, was dich im Glauben weiterbringt, wo du wächst, wo du vorwärts kommst. Wo du stark wirst. Das ist etwas, was Gott für dich hat. Okay? Und das möchte er freisetzen. Halleluja. Halleluja. Sehr ähnlich sagt es übrigens Judas 20. Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. betet im Geist und er baut euren Glauben. Und das ist wirklich der Punkt. Viele Menschen, die diese Geistestaufe erlebt haben, merken auf einmal, hey, es ist ganz einfach. Ich komme von diesem Gekrampfe weg. Ich bin auf einer völlig anderen Beziehungsebene. Wie? Ich kann zum Herrn auf einmal sagen, ich liebe ihn. Als ich damals dieses Buch meinen lieben Geschwistern in der Gemeinde unter der Hand dann gegeben habe, alle, die dieses Buch gelesen haben, bei dem war es genauso wie bei mir. Die haben das gelesen, haben es verstanden und es hat funktioniert. Keine Handauflegung, nichts. Es ging nur darum, Erkenntnis, dass das, was eigentlich schon da ist, uns zusteht und dass das freigesetzt ist. die einzigste Voraussetzung, um wirklich mit dem Heiligen Geist getauft zu werden, ist, dass wir wiedergeboren sind. Wenn wir nicht wiedergeboren sind, steht uns das nicht zu. Relativ logisch. Es gibt auch Christen, die mögen wiedergeboren sein, aber hängen noch in irgendwelchen Problemen drin. Beispielsweise in irgendeiner Religionsvermischung. In irgendwelchen, keine Ahnung, Kulten mit irgendwas. Gibt es auch manchmal, beispielsweise in der dritten Welt, dann sind die Leute zwar Christen, haben aber noch so eine Ahnenverehrung da irgendwie drin. Gibt es übrigens auch bei uns, ja, wiedergeborene Christen, die dann am Grab stehen und da mit dem Toten da irgendwas da verzapfen und da erzählen und reden mit dem. Ganz sonderbare Geschichte. Dubios eigentlich, wenn man überlegt, was passiert da eigentlich. da ist es wichtig, dass man sich von diesen Dingen trennt und sagt, okay, ich konzentriere mich völlig auf den Herrn. Was zwischen ihm und mir steht, das muss weg. Ich muss in eine wirklich gute Beziehung zu ihm kommen. Ich gebe ihm mein Leben ganz hin und Dinge, die dazwischen sind oder wenn ich weiß, dass da Dinge dazwischen sind, die bereinige ich. Das sollte man auf jeden Fall tun, bevor man sich nach dieser Geistestaufe ausstreckt. Das ist sehr wichtig. Weil unter Umständen kommt sonst ganz was anderes in die Entwallung. Ja, denn wenn der Heilige Geist nicht in dir ist, ist vielleicht ein anderer Geist da drin. Deshalb sagt die Bibel, Leute, Vorsicht mit vorsteller Hand auflegen. Ihr müsst erst mal wissen, sind das überhaupt wiedergeborene Christen? Es ist ganz entscheidend, dass du dich persönlich prüfst. wie ist meine Beziehung zum Herrn, bevor du sagst, okay, Herr, ich möchte diese Taufe im Heiligen Geist, diese Freisetzung in meinem Leben haben. Das ist kein Spiel. Es geht hier um Gott. Und du sagst, Gott, du bist in meinem Leben und ich gestatte dir, dass du mich gebrauchst, aus mir rausfließt, wie Ströme lebendigen Wassers. Da geht es nicht darum, ein bisschen Gänsehaut zu kriegen und ein tolles Gefühl. Das ist eine Lebensauslieferung. Wie vorhin mit diesem Ding, vielleicht sitzt du nur im Wohnzimmer. Aber wenn du sagst, hey, das ganze Haus gehört dir, muss auch das ganze Haus dem entsprechend geeignet sein. Da kannst du nicht irgendein Hinterstübchen mit irgendwelchen Schweinereien nochmal verriegelt haben. Das ganze Haus ist das ganze Haus. Und das ist eben der Punkt. wenn wir sagen, hä, durchdring mich ganz, erfülle mich ganz, durchflute mich ganz, ich gebe dir mein ganzes Leben, ich gebe dir alles, wirke durch mich, flute durch mich, überwältige mich, in dem Sinne taufe mich, dann müssen wir wissen, was das bedeutet. Das ist eine völlige Auslieferung. Und man muss wissen, will ich das wirklich? will ich das wirklich? Das hat was mit Vertrauen zu tun, das hat was mit Hingabe zu tun. Als du dich bekehrt hast, hast du gesagt, Jesus, ich gebe dir mein ganzes Leben. Das war der erste Step. Jetzt kommt der nächste. Jetzt sagt er, okay, dann wollen wir mal anfangen. Dann wollen wir mal das ganze Leben auch entsprechend gebrauchen. Und das ist eben diese Freisetzung des Heiligen Geistes in jeden Lebensbereich hinein. Und das kann dich in Bereiche bringen, also einfach im Dienst, von denen du vielleicht bis jetzt noch keine Ahnung hast. Vielleicht möchte der Herr dich gebrauchen, prophetisch zu reden für irgendwelche Leute. Vielleicht möchte er dich gebrauchen, im Heilungsdienst für andere Menschen. Es ist auf jeden Fall vor allen Dingen auch etwas, wenn du es empfangen hast, was du weitergibst, was ausfließt, wo du anderen zum Segen wirst. Vielleicht möchte er nicht für sonst was gebrauchen. Hingabe ist Hingabe. Das bedeutet, Herr, ich gebe es dir, mach was draus. Und das ist eben genau der Punkt, dass wir eben dann nicht mehr die ganze Kontrolle haben. Und da tut es uns Deutschen zwicken. Wir haben gerne diese Kontrolle und diesen Blick und haben es gerne so in den Händen. Und da muss ich sagen, sind uns die Afrikaner und so, die haben es besser. Sie vertrauen dem Herrn einfach alles und bekommen auch alles. Und da geht es darum, wenn wir uns jetzt hier nach der Taufe im Heiligen Geist ausstrecken, müssen wir wissen, das ist Auslieferung unseres Lebens. Das ist Hingabe. Das ist Vertrauen. Und wenn du dann merkst, das hat was damit zu tun, dass deine Stimme sich verändert, dass du Dinge aussprichst, dann ist das nur gut. Dein Leben wird sich verändern. Positiv. Heißt nicht, dass es stressfrei ist, aber es wird Veränderung kommen. Das ist wie dieses Fließen lassen, wie so ein Fluss, der im Grunde genommen den Dreck wegspült. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Okay? Halleluja. Wir kommen jetzt hier vor dich als deine Kinder. Kinder. Du hast alles für uns gegeben. Wir sind durch dich, was du für uns getan hast, haben wir den Zugang zum Vater. Wir sind neue Kreaturen. Wir haben das ergriffen, dass du für uns gestorben bist. Wir haben das angenommen, dich als unseren Herrn und Retter akzeptiert und haben gesagt, Herr, dir gehört unser Leben. Und wir sind neu geboren. Wir haben verstanden, dass wir deshalb einfach den Heiligen Geist haben. Er ist in uns. Ohne diesen Heiligen Geist können wir das gar nicht sagen. Kein Mensch kann ohne Heiligen Geist sagen, dass Jesus sein Herr ist. Aber wir wissen das und wir sprechen das aus und wir sagen, Herr, wir möchten jetzt nicht nur, dass der Heilige Geist in uns ist, sondern wir wollen ihm völligen Freiraum geben in unserem Leben. Wir vertrauen dir und wir gestatten dir, Herr, weil du unser Tröster, unser Helfer, unser Beistand, unser Fürsprecher bist, derjenige, der uns in alle Wahrheit leitet. Wir vertrauen dir und sagen, wir geben dir unser Leben hin. Wir geben dir unser Leben hin. Und wir sprechen aus, durchdringe jeden einzelnen Lebensbereich in uns, jeden Bereich in unserem Wollen, Fühlen, Denken, in unserem Verstand, in unserem Reden, in allem. Durchdringe unser ganzes Lebenshaus, wir geben es dir. Und wir sagen, Heiliger Geist, wir erlauben dir, dass du uns völlig durchdringst, dass du freigesetzt bist in uns, dass du deinen Weg in uns haben kannst, dass du deinen Willen durch uns tun kannst. und wir sagen, Herr, verherrliche dich durch uns. Und wir bitten dich jetzt einfach als ein Zeichen dafür, dass du uns diese verheißene Gabe einfach von dieser Sprachenrede schenkst oder neu schenkst oder weiter schenkst, unser Ding erweiterst, eine neue Sprache dazugibst, uns einfach weiterbringst, Herr. Wir wollen, wie die Bibel sagt, alle Zeit in Sprachen beten. Wir wollen in unserem Hinterstübchen in Sprachen beten. Wir wollen von mir auch nachts in Sprachen beten. Wir wollen bei der Arbeit in Sprachen beten. Wenn wir im Auto sind, wir wollen einfach, dass du in uns das hervorbringst, was du hast. Und wir wollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen und auf unsere beschränkten menschlichen Möglichkeiten. Und wir sagen, Herr, wir geben dir die Autorität über unser Leben und du kannst tun, was du willst. Und wir wollen jetzt den Herrn erheben. Also alle erhebt eure Stimmen und preist den Herrn in den neuen Sprachen, die er euch geschenkt hat. Musik 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 Musik